Hier ist der berühmte Blush, den Isabel so sehr will. Der ist von Dior und der ist ziemlich teuer. Und da Isabel ihn sich nicht selber kauft, kaufe ich ihn jetzt. Ups Leute, ich habe das hier glaube ich kaputt gemacht. Also Leute, der Blush hat 37 Euro gekostet. Und ich habe noch diese vegane Schurki für Isabel gekauft. Hallo Schatz, ich habe was für dich. Hier. Was? Ist das der richtige? Zini! Woher weißt du das? Puh, ich hatte schon Angst, dass der falsche ist. Oh mein Gott, der ist voll teuer. Danke. Kein Problem.